Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Quick and The Dead. Im letzten Part haben wir einen epischen Kampf hingelegt mit zwei Indianern und das Rätsel der Lagerfeuer gelöst sozusagen. Und das war schon mal scheiße. Ähm, aber, naja, wie mache ich das denn am besten? Nein, du sollst... Ach, das ist doof hier mit diesem scheiß Geländer. Kann ich hier hoch eigentlich? Ja, kann ich. Dann gleich nochmal speichern. Dass ich das schon mal geschafft habe. Ja, ist klar, Indianer. Ja, ja. Ah ja, hier, okay. Okay. Soweit, so gut. Dann hier so. Und speichern und... Dann einfach wieder hangeln? Fragezeichen. Ich glaub nämlich nicht, das sieht so komisch aus. Ach nee, einfach so. Ja gut, okay. Ah ja, genau, das Tor geht dann hinterher auf, alles klar. Okay. Hopp. Ah, hier oben ist noch was. Hä? Wieso kann ich mich da nicht hochziehen, Verarschung? Ach, hier kann ich. Das ist ein bisschen verbuggt, würde ich sagen. Aber naja, wenn sie, wenn sie meinen, sollen sie doch, ne? Sollen mich nicht stören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ich weiß noch, diese braunen Bären sind extrem gefährlich. Da nehme ich hartes Geschütz. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, denkt ihr euch, aber nee. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das privat gespielt hab, wie oft mich die Bären hier runtergeschubst und fertig gemacht haben. Und deswegen... Oh! Oh, sogar... Oha! Wow. Alter. Zum Glück blieb der, zum Glück blieb der zweite Bär mal hier drinnen. Normalerweise kommt der einem nämlich auch entgegen. Und deswegen, da kann man echt mal so schnell hier runterfallen. Das ist nicht gut. So viel kann ich euch versichern, deswegen... Wenn ihr jetzt meint, so von wegen, ach, so voll übertrieben, die kämpft ja gar nicht gerecht hier. Doch, Leute, in dieser Hinsicht, ja. Das musste jetzt so gemacht werden. Also, wenn jemand die Bären anders besiegt, so ein bisschen fairer, dann, äh, Hut ab. Achso. Das kenne ich noch aus Tomb Raider 4. Das gab's da schon. Oh. Das war nicht geplant. Miep. Aber gut. Ja. So geht's auch, ja. Hm. Oh, man. Aber ich will mir noch gerne das Secret da hinten holen. Aber da muss ich den ganzen Weg nochmal machen. Und ob ich das wirklich machen will, überlege ich gerade. Aber ja, eigentlich schon, oder? Ich kann vielleicht von hier aus da hinten hinspringen, obwohl das bezweifle ich. Aber Versuch macht klug. Und Lara, warum hast du gerade so ein seltsames, dunkles Gesicht? Das sieht unheimlich aus. Nee, das klappt nicht. Aber ich will hier noch nicht weitergehen. Warte mal. Erstmal angucken, auch die Sache. Wenn ich dann da oben bin, dann... Ach, dann gehe ich nicht runter, sondern hangel mich da einfach weiter. Okay. Jo, machen wir das nochmal eben schnell, ne? Das hat ja jetzt eigentlich nicht so lange gedauert, hier zu sein. Die Sprünge sitzen ja, die sind relativ sicher. Also von daher, ja. Ja. Ach, Mann. Wenn man mal schnell vorankommen will, dann geht immer alles schief. Das ist einfach so. Das ist wieder auch der bekannte Vorführeffekt, ne? So von wegen, ja, ich kann das gut und das klappt jetzt und dann klappt gar nichts mehr. Das ist einfach so. Ja. Genau so. Und schon wieder der... Ich mach genau das gleiche. Das ist doch böse. Das ist doch doof. Das ist doch einfach nur gemein. Ja, so geht's auch. Siehst du wohl. Mano. Ja. Ja. Kann ich euch irgendwas Schönes erzählen? Ich weiß es nicht. Also nach The Quick and the Dead wird auf jeden Fall als Nebenprojekt Harry Potter und die Kammer des Schreckens kommen. Für die, die darauf gewartet haben, ja, freut euch. Es wird natürlich kommen. Ich hab da auch Lust zu, keine Frage. Ich wollte nur halt das hier zwischendurch bringen, weil ich dazu einfach mehr Lust hatte. Ist, denke ich, auch verständlich. Und jetzt, wo ihr das Spiel hier ja auch seht, ich denke mal, ihr könnt meine Entscheidung deswegen auch ganz gut nachvollziehen, denke ich doch mal. Ja, Lara. Mano. Manchmal reagiert das nicht so ganz hier, wie ich das gerne hätte. Aber, naja, im Großen und Ganzen kommen wir ja schon miteinander aus, ne? So ist es ja nicht. Yay. So, speichern. Neue Braunbären? Ne, gut so. Ach, ja. Ja, was gibt's noch zu berichten? Im Moment ist noch der gute Weifer-Fan bei mir zu Besuch. Der spielt gerade nebenan immer noch Frontschweine. Beziehungsweise wieder mal. Und, äh... Joa, heute ist Donnerstagabend. Und er wird halt am Sonntag dann schon wieder fahren. Aber, naja, bis Sonntag bleibt er noch. Klingeling. Und somit haben wir ein weiteres Secret in der Tasche. Pfff, uh. Das war jetzt aber wirklich etwas... ...sehr knapp, aber... ...wir haben es... ...geschafft! Das sieht mir nach einer Kugel aus. Aber verdammt stark nach einer Kugel. Was sagt die Uhrzeit? Zehn Minuten sind rum. Okay, ich mach noch ein ganz klein wenig. Nee, anders. Das ging eigentlich sogar ziemlich easy. Ist okay. Wow. Geil. Wow. Ich weiß gar nicht, ob noch eine zweite Kugel kam, wenn man nochmal hochgelaufen ist. Ich weiß es nicht. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ja! Oh Gott. Obwohl es ja eigentlich egal ist. Ob ich jetzt hier sterbe oder nicht. Aber ich hab mich grad zu Tode erschreckt. Oh Gott. Oh Gott. Ich sollte einfach schnell weitergehen, glaub ich. Oh. Ich mein, hat mir das irgendwas gebracht? Nee, ne? Ist einfach nur eine Falle. Boah. Schockschwere Not. Echt, ey. So, Little Big Horn. Dann, bitteschön. Ach, diese Scheiße kommt jetzt hier. Oh, ne. Na ja, wir können Lara nochmal schön in ihrem Anzug bewundern. Und dann. Hier kann man auch nicht alles sehen halt. Das ist das Fiese dabei. Na dann mal los. Hepp und hepp und hepp und hepp und keine Ahnung. Äh, hepp. Nee, Quatsch. Dahin. Ja. Okay, Leute. Ich würde einfach mal sagen, ich mach hier einen Cut. Hab ich schon gespeichert? Ich glaub schon. Ich speichere einfach nochmal. Und wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao. Tschaui. 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 Tschaui.